Ich habe Morphine. Können wir die Tannen nicht mit dem Truck umfahren? Ja, man könnte es versuchen, aber es ist die Frage, ob der Hubschrauber dabei rausdroppt. Der würde einfach die Flamme aufgehen, denke ich mal. Hey, hört mal Jungs, habt ihr Morphine? Ja, ja, ich habe. Okay, ich habe nur ein Bloodpack. Ja, aber es ist doch eigentlich ein Versuch wert, oder nicht? Nein, hör auf, dann explodiere ich ja mit dem Scheiß, die ich. Nee, du kannst ja vorher raus. Nee, lass das mal lieber, lass das, das können wir vielleicht am Ende machen. Nee, nee, ich meine, er zuerst raus und dann... Wie das aussieht, Alter. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Komm mal zu uns hier. Ja, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ach, nee. Nee, links, Läufer rechts, 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 rechts. Ah, ja, rechts. Warte kurz, meine Map. Ist das Rettungspersonal bereit, dann springe ich jetzt raus? Nee, Moment, wir sind noch nicht da. Also, ich bin noch nicht da. Ich kann nicht auch rausschießen, wenn du willst. Mach da jetzt erstmal einen Screenshot von... ...dem der da oben hängt. Ja, ich mache hier ein ziemlich langer Screenshot davon. Ich mache 60 Screenshots in der Sekunde. Schön für dich, Peter. Da, okay. Gut. Rettungspersonal ready, ja? Ja. Warte, warte, haben wir überhaupt was zum Retten? Haben wir überhaupt was zum Retten? Ja, ich habe ein Blood Pack. Blood Pack und Morphin hat der Floh, ne? Und ich habe... Wenn du bist, habe ich auch drei Stück. Ich habe Painkillers und Antibiotikum. Hast du auch Bandagen? Ja, zwei Stück. Ich springe jetzt. Der Hubschrauber fällt runter. Nein! Guck dir mal den Hubschrauber an. Ich habe weg. Ich habe weg. Der fällt bei mir nochmal runter. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Bevor der irgendwie explodiert. Komm, 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 komm weg. Kannst du laufen? Nein, nein, nein. Du hast Füße gebrochen, ne? Ja. Gib dem Morphin, schnell. Der ist schon hochgegangen. Der ist schon hochgegangen. Ne, bei mir noch nicht. Der ist dagegen jetzt gleich hoch, ja? Ja, jetzt gib ihm schnell Morphin, seid ihr weg? Aber ich bin dabei. Ich bin weg. Der kann nicht laufen. Painkillers, warte. Das wird so knapp, alter. Brauchst du eine Blood Transfusion? Komm, erst mal weg da. Scheiß mal auf die Blood Transfusion. Der Hubschrauber backt da einfach nur rum. Ich steige jetzt in den ein, warte. Blut ist jetzt voll. Steige da bloß nicht ein, Alter. Ich tue meine Waffen vorher weg. Kann ich mir nicht aufstehen. Ich habe dir alles gegeben. Warum kannst du nicht aufstehen? Hast du immer noch gebrochene Knochen oder was? Jetzt ist der Heli wieder oben gewesen. Jetzt ist er wieder unten. Warte, ich lege meine Waffen weg und dann versuche ich mal einzusteigen. Ja, warte mal. Jetzt, jetzt geht's. Jetzt kannst du aufhinten. Jawoll, Alter, Junge. Guck mal, wie der Heli da immer wieder runterfällt. Alter, wie geil. Und alles auf Video, Junge. Mach wie dieses Spiel einfach ist, Mann. Jetzt ist er wieder oben. Ja, vor allem, dass der Rotor sich einfach noch dreht, obwohl keiner drin sitzt. Monster lag, ein Grafikfehler ohne Ende, ey. Was? Ja, Monster lag, ein Grafikfehler ohne Ende hier, ey. Das ist einfach ein kompletter Berechnungsfehler. Es ist einfach, dieser Hubschrauber dürfte eigentlich gar nicht existieren in der Stelle. Ah, komm, ich steig mal ein. Hast du deine Sachen weggelegt? Ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Markierung... Reload. Ja, warte, der kommt gerade erst wieder runter. Der ist bei mir gerade wieder oben. Kommt erst wieder runter bei mir. Bei mir ist er die ganze Zeit hier unten. Bei mir bleibt er alles oben hängen. Bei mir geht der immer hoch, jetzt ist er wieder fast unten. Ich fahr jetzt mal mit dem Truck gegen den Baum und guck mal, was passiert. Aber nimm den leeren. Naja. Jetzt ist der Heli wieder oben. So, ich hab ja noch ein paar Sachen aus dem Heli gerettet, die ich schmeiß jetzt in den neuen Heli. Ja, cool. Gar nicht so schlecht gelaufen, wie wir vermutet haben. Ja, das hat aber auch geklackt und ich habe auch mal eine Schwung mit ihm. Und dann war ich dann halt, also, das ist ein bisschen Sprech hier. Ich glaube, wir haben beide verbunden, kann das sein? Ja. Egal, doppelt hält besser. Aber auch voll gut. Alleine wenn ich mit drauf bin, kann ich überhaupt nichts mehr. Bei mir, also bei mir ist es so böse lag ich eher seitdem. Aber bei mir geht's. So, welche Tanne war das? Das ist, warte mal kurz. Bei mir ist der gerade wieder auf dem Weg nach unten. Bei mir ist er unten. Ich fahr jetzt einfach die Tanne hier vorne rum. Scheiße, ich bin in Ohnmacht gefallen und verliere Blut. Hä, du warst doch voll weit weg, oder nicht? Ja. Aber ist nicht schlimm. Kann ich mir mal beim Bandagieren kommen? Ich muss mich kurz selbst bandagieren. Ich lebe noch, obwohl ich im Truck saß, also es ist richtig krass. Ja, gut, schau, ich habe hochgegangen. Du lebst noch, Peter? Ich lebe noch, ja. Lebt ihr alle noch? Ich lebe noch, ich verliere nur Blut und bin ohnmächtig. Aber ich kann mich gleich selber verbinden. Achso, ich sehe dich gerade in der... Wieso sehe ich dich jetzt gerade? Achso, weil ich im Truck saß, ne? Ich bin natürlich tot. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich auch wieder Zeug besorgen. Essen, das heißt, Höhe erschießen. Warum? Nein, das war der leere Truck. Achso, okay. Äh, ich habe ja extra gesagt, nur den leeren. Keiner Panik. Okay, alles klar, ich habe mich bandagiert, ist alles gut, ich sehe wieder was. Wo steht denn der Volle? Der Volle steht da, wo er immer steht. Okay. Bist du tot, Philipp? Ja, ja. Aber es ist schon, wir haben ja mehr Standardmagazine. Und neue... Ja, ich nehme die jetzt. Muss ich nur erst mal finden. Achso, ja, guck mal, guck mal in meiner Leiche, da sind auch viele Sachen, glaube ich, noch drin, oder? Find ich gar nicht. Man müsste da irgendwo unter dem LKW liegen. Das Lustige ist, ich nehme gerade auf, wie meine Spielfigur. Achso. Ach, laber. Ich lebe noch. Ja, da bist du nur in Ohnmacht gefallen. Wo bist du denn? Ich kann nicht mehr, ich laufe die ganze Zeit rückwärts, weil... Ach, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ich bin stundenlang rückwärts gelaufen. Ach, laber. Ähm, ich sollte mich mal verbinden. Ich bin hier direkt an dem Wrack. An den Wracks, muss man ja sagen. Ich habe mich ein wenig gewundert, weil ich nämlich, äh... Ich dachte, ich würde dich sehen, weil ich in der Todeskamera wäre. Es gibt keine Todeskamera hier. Ja, das habe ich... Ich bin hier nicht bei Call of Duty. Ich habe mich ein wenig gewundert, weil ich nämlich, äh... Weil du stundenlang rückwärts gelaufen bist. Durch den Wald. Dann, ähm... Ja, okay. Das war einfach nur ein Bug, dass ich rückwärts gelaufen bin. Ich habe auch noch geblut, genug Blut. Ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Blood Pack oder so. Ja, ich habe noch, äh... Ein Drittel. Oder, brauche ich ein Blood Pack? Sieht schon ein bisschen komisch aus hier. Ja, mir ist alles grau. So, ist jetzt der andere, ähm, links hochgegangen? Und der andere Lutschauer auch? Ja, ist alles beides hoch. Ja. Oh, dann willst du wenigstens neu spawnen? Was denn? Will mich wer von euch blood packen? Den ein bisschen verschwommen, das ist fucked ab auf Dauer. Ja, ich habe ja leider auch überlebt. Leider? Sei mal froh. Ja, ich hätte... Nicht schon wieder, ey. Dann hätten wir aber noch mehr Munition. Hey, ist auch ein neuer Typ auf dem Server. Der Matt. Noch ein Matt? Ja, M-A-T-T. Achso, ich hatte nicht Matt, sondern einfach nur Matt. Matthias. Boah, ich Idiot, laufe in die falsche Richtung. Nein, ich voll im Pfosten. Ich Idiot. Ich laufe stundenlang durch die Gegend, aber in die falsche Richtung. So, ich suche jetzt mal ein paar Tiere und gucke mal, ob ich uns mal ein bisschen... Das krasse war, das wird man nachher im Video auch sehen, ich bin auf diese Tanne reingefahren und da war der Hubschrauber links neben mir. Und plötzlich war der einfach über mir und ist gefallen. Ja, ja, und ich habe das genau gesehen. Richtig scheiße. Ich entferne mich hier gerade mal und gucke mal nach irgendeinem Viehzeug, was man abknallen kann. Wofür? Wir haben noch einen ganzen Truck voller Essen. Ja, ich habe gerade Bock ein Feuer zu machen. Ja, fressen aber ich reichlich, ja. Aber ich sehe eh kein Viehzeug. Ah, da gehe ich über den Truck. Voll krass, dass ich überlebt habe. Ich bin aus dem Truck rausgeschlodert worden, lag dann da mit gebrochenen Sachen, habe mir dann schnell... Ich fand es eher krasser, dass ich was abbekommen habe, um ehrlich zu sein. Wo warst denn du? Ich war bestimmt 70 Meter davon entfernt. Was? Aber war schon nicht weit genug weg. Nee. Ich gehe jetzt mal in den Oral, um mir was zu fressen holen. Ich habe zwar selber noch zwei, aber dann brauche ich die nicht aufbrochen. Das war auf jeden Fall ultra die krasse Explosion. Ja, habe ich gesehen. Also irgendwie dürfen wir nicht mehr zusammen spielen, weil wir schrotten einfach nur alles, was wir in die Finger kriegen. Ich glaube, wir würden noch viel mehr verkacken, wenn wir nicht alle zusammen spielen. Ja, wir würden einfach gar nicht so krasse Sachen finden. Also wir würden sie schon finden, aber wir hätten einfach kein Benzin oder kein Ersatzteil oder gar nichts. Oder wir würden einfach nicht organisiert werden. Aber da wir organisiert sind, in einer Partei... So, hat einer Bock mir eine Blood Transfusion zu geben? Ja, ich gebe dir eine, wenn du mir eine gibst. Aha, das ist aber scheiße, weil wir haben noch eine im... Ja, komm. Ist mir egal. Ist das Spiel halt ein bisschen grau. Müssen wir mal den YouTube-Fans... Du kannst ja auch die Rinder-Steaks-Eiles reinfahren, das steigert dein Blood auch. Also davon haben wir genug. Ja, ist so. Ich zieh dir einfach die ganze Zeit nur Steaks rein. Ja, das ist auch. Aber diese gebratenen dann am besten. Ja. Ich ziehe mir die jetzt auch alle rein. Also nicht alle, aber so drei Stück oder so. Habe ich jemanden die Lootmap mal auf, dass wir uns noch einen zweiten Heli gesnacken können? Ich habe eine Lootmap auch. Obwohl es die jeweils Server-Start sein hat. Also eigentlich nicht. Ja, aber wir können ja trotzdem schon mal dahin fahren. Machen wir mal kurz einen Relog. Ah, schon besser hier mit meinem Blut. Weil mein Ton ist wieder im Arsch. Lustig, immer wenn ich von irgendwo runterfalle und brech mir die Beine zu Ton weg. Boah, ich bin jetzt echt mal gespannt, wie... Wie das aussieht im Video, wenn der Heli runterfällt. Hast du gegessen? Philipp? Ich? Ja, ich habe schon wieder fast volles Blut. Wie vorher kannst du nennen, wir machen Sachen kaputt. Achso. Crash Canyon. Crash Canyon. Crash Canyon. Du Spinner, Alter. Ohne die Wände da ist. Entschuldigung. Das war ich nicht. Ja, wie buggy dieses Spiel einfach ist, Mann. Ich komme nicht komplett, Alter. Ja. Ja, ist so lustig. Hier in dem Heli sind die Jerrikans, die 23 Schlitter. Also nächstes Serverstart müsste ungefähr jetzt in einer Stunde ungefähr sein. 20 Uhr, äh, 0 Uhr, ähm, so 1 Uhr. Ne Quatsch. Neh mal mit zwei AKM-Magazine raus und krieg deine Dings. 0.30 Uhr müsste nächstes Serverstart sein. Ja, das kommt hin. 18.30 Uhr war, ähm, war mal einer, da habe ich ihn, da habe ich mal gemerkt, wäre dann drei Stunden drauf. Ja, wir haben ja noch eine halbe Stunde. Dann müsste jetzt in fünf Minuten eigentlich der Count einfallen. Ja. Äh, wo ist das denn? Wo ist denn das Auto da? Diese scheiß Tanne im Weg, wieder umgefahren. Achso, ich kann die Starnak-Magazine doch nicht benutzen fürs G36, ne? Die Starnak? Oder? Natürlich. Ja? Das Ding noch zwei Stunden lang gespielt. Ah ja, stimmt. Ne, ja, weil normalerweise kannst du das G36 ja nur mit dem normalen G36-Magazin benutzen, ne? Ja, aber die Munition ist dieselbe. Es sind nach 545, nach 545, NATO. Ah, ich habe ja hier auch, ja, 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 ja. Na, die Munition ist dieselbe, ist ja NATO, aber die, äh, ich dachte mal... Ja, die, ja, gut, die Magazine. Ja. Ich weiß halt, warum... Ja, es ist ja hier, Day-Zee und... Ja, es ist eine Simulation, es ist eine Kriegssimulation, diese Spiele. Und die legen keinen verfickten Wert auf Genauigkeit, diese Spasties. Nein, weil du kannst nämlich nur ein Päckchen Streichhäuser mitnehmen. Ja, zum Beispiel. Aber ein Päckchen hält ein Leben lang. Ja, so, dafür kannst du dann eine Million Feuer mit anzünden. Ja, genau. So, in dem Heli sind nochmal Painkillers drin, ist okay, die können wir da drin lassen. Sodacan ist dann da drin, die können wir auch drin lassen. Ey, denn der Luftfilter von meinem PC ist so krass defekt. Eine leere Wasserflasche, die nehme ich mir aber jetzt mal. Guck mal, gerade auf der Map, gibt es hier eigentlich auch... Wer ist hier irgendwo eigentlich auch... Ich überlege gerade, ob wir hier nicht auch ein cooles Camp machen könnten in der Nähe von einem kleinen See oder so. Ach, nur, damit du nicht so weit zum Wasser laufen musst. Ja, richtig. Sag mal, ähm... Peter, du hast doch... Dieses Visier von der G36 gewechselt, wie ging das nochmal? Welcher, Peter? Ich? Ja, ja, ja. Wenn du auf Schrägstrich drückst. Also auf Geteilt, über der Nummerntaste. Über den Nummerntasten. Ist durch. Geteilt, Schrägstrich, also... Ah, ja, also... Am Nummenfeld. Was passiert dann da? Wenn du zwei verschiedene Visiere auf einer Waffe hast, dann kannst du damit die Visiere durchschalten. Ach, krass. Also, ich habe ja zum Beispiel mein Reflexvisier und mein optisches Visier. Und ich kann dann mit der Strichtaste durch beide Visiere durchschalten. Ah, ja, jetzt geht's. Jetzt habe ich wieder so einen Punkt in der Mitte. Geil. Ja. Von der G36 kam hoch. Mit welcher Zeit meine Waffe, wo bist du? Er hat meine alte. Jupp, die G36. Ja, habe ich auch. Ja, wieso habe ich jetzt eine G36? Ja, weil ich deine gesaved habe. Einer wurde, da haben sie noch gefunden, ja. Ah, krass. Aber hey, wo bist denn du? Da, ist er doch. Ah, da, 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 da. Ja, genau das meine ich, ja, du hast... Aber sie deine besser als das meine, das will ich jetzt wissen. Ne, meine sind genau gleich, ne? Ja, das sind beide das G36-Modell, der. Ja, aber du hast dich schon... Ne, wir haben beide nicht die Kurzversion. Ne, wir haben... Also, ich habe G36-K. Ja, du hast... Der hat die Kurzversion. Du hast die andere. Nein, das ist... Er hat nicht die Kurz. Guck doch mal in den... Das ist einfach nur... Du hast die längere, Peter. Ach, der Lauf ist kürzer. Ah, ja, stimmt, 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 ne. Stell ich mal neben mich. Jetzt stell dich doch mal neben mich. Ja, der Lauf ist kürzer, der Lauf ist kürzer. Drück mal, zau mal schnell alt. Ja, ich guck mich grad schon um. Ja, Tatsache, der Lauf ist... Ja, ja. Du hast 1, 2, 3, 4 Löcher vorne auch im Griff, im Handstück. Und ich habe 7 plus den langen Lauf. Ja, okay, gut. War mir jetzt nicht... Aber die K ist geil für Häuserkampf, aber die... Normale ist... Die haben eigentlich keinen Unterschied, nur dass deine Reichweite... nicht so hoch ist, aber dafür... Ja, die Kürz ist für Sondertruppen hier, ne. Ja, Häuserkampf, Häuserkampf. Damit die nicht so sperrig ist. Also die ist im Endeffekt genau das gleiche, bloß dass die Reichweite nicht so hoch ist. Aber das macht auch die 100 Meter einen Unterschied, also nicht viel. Ja, ja. Für Häuser ganz muss man auch nicht ganz so weit schießen. Ne, vor allen Dingen ist es immer scheiße, wenn du mit dem Ding in der Tür stecken bleibst. Ja, okay. Die von Sascha ist ganz geil. Ja, die Sascha hatte. Ist das nicht die, der Sven am Anfang hatte? Ja. Ja. Die hat er weggelegt, dann habe ich schon nicht genommen. Gut. Was machen wir jetzt? Irgendwas... Wollen wir nochmal... Wollen wir noch ein bisschen luden gehen? Am Airfield oder so? Ja. Er fehlt? Mir egal. Fahrbar. Schreckt mal einen. Sascha willst du fliegen mal? Ich bin jetzt die ganze Zeit geflogen. Ja, okay. Darf ich auch mal fliegen? Ich passe doch auf. Ne, lass mich. Ne, jetzt nicht. Diesmal nicht. War das zu viele Crashs innerhalb von kurzer Zeit? Ja, ja. Kannst du wirklich Crash-Side fuck-up nennen. Ja, okay. Also wenn wir nochmal einen kleinen Hubschrauber so als Reserve haben, dann fliege ich nochmal ein bisschen. Ja, ja. Aber solange... Na? Ja, wir haben ja erstmal nur einen. Alles klar. Hallo, ich sitze jetzt zwischen euch. Haha, wie cool. Hallo. Ich hab... Wo... Wo sitzt du das? Ich kann mich grad nicht umgucken. Hinten sitzt der Dings. Ah, jetzt kann ich mich auch frei im Cockpit umsitzen. Ja, ja. Wenn du alt drückst, kannst du gucken. Ich sitze hinten. Ich sitze hinten. Wie gay ist das denn? Du sitzt vorne zwischen denen. Ja, ich hab den Sitz gewechselt, weil ich keinen Bock hatte, im NG zu sitzen. Ich find das innen drin viel cooler. Ich wüsste jetzt nicht, was daran cool sein soll. Ich guck sowieso immer von draußen. Äh, gehen wir jetzt zum Airstrip oder zum Airfield? Airfield. Okay. Noch ein bisschen mehr links. Links, links, links. Der Airstrip brennt doch schließlich noch. Ja, und jetzt kommt raus. Ja. Ich sitze, ich hab noch keinen Heli gecrasht. Es waren beinahe crasht. Ich hing ja noch Baumkrube fest. Ja, jetzt bin ich schuld oder was? Nee. War doch clever von mir. Nee, Sven ist schuld. Der hat den ersten noch die Achte. Der hat den zweiten gleich beschädigt. Der dritte. Also der andere ist dann quasi... Der hat echt ganz schön gezappelt, ey. Beim Landen, als wir den abgeholt haben. Das war echt hart, ne? Wer hat gezappelt? Ja, der hat so... Der kleine. Der Clan hat sich mal gedreht. Ach so, ja, ja. Ja, der hat sich vorhin noch viel schlimmer gedreht, weil das Engine-Ding ist als roter geworden. Ja, ja. Das war schon Knüppelrot, wo ich angekommen bin und wollte ich runter und dann war das Ding nur noch am drehen. Und ich denke, okay. Scheiße. Jetzt schau ich ein bisschen gegen und einfach knall runter und dann war der Baum da. Bisschen links, bisschen links. Jawoll. Der Rubschrauber sieht von oben echt aus wie so ein Schlachtschiff, halt. Ja, richtig geil. Und wie so ein Boot. Bisschen klagt. Bisschen geradeaus. Wie viel Muni habe ich? 100. Ich kann sogar noch rumballern. Fett. Ich frag mich, ob hier wirklich richtig viele Leute mitfliegen können. Keine Ahnung. Nee, guck mal, das Ding ist ja, wenn du das Mausrad drehst, siehst du alle verfügbaren Sitze. Ja, dann sind es ja nur 5. Ja, dann können nur 5 Leute mitfliegen. Hier steht auch irgendwas. Parteien aus dem MI-17-DZ ausladen. Ja, das... Also du kannst ja im... Im Editor... Crashzeit. 3 Uhr. 3 Uhr. 3 Uhr. 3 Uhr. Ja, 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 ja. Soll ich mal kurz hin? Ja. Ja, wir können kurz vorbeigucken. Ja. Das war Autohaber. Ja, ich muss ihn erstmal sehen. Das war Autohaber. Rechts, 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 rechts. Wo ist er denn? Das ist aus der Reichweite, aus der Sicht. So, jetzt drehe ich einmal um die eigene Achse. Und jetzt fliegst du gerade aus. Ja. Okay. Ich habe jetzt mal ein elftes Video durch den Windows Movie Maker geschickt. Na gut. Das heißt, so nächste Woche habe ich dann elf Displays schon hochgeladen. Wenn meine Upload-Rate so weiterläuft. Ich habe so eine scheiß Upload-Rate. Ich glaube, ich kann nur zwei Megabyte in der Minute hochladen, wie das aussieht. Was ist das hin mit den Bäumen? Ja, ne? Ja, aber da ist entscheidend, fliegt man auch mit Schlip-Tücken nach vorne. Ja, perfekt. Jetzt einfach runter. Leere Dosen, wollen die mich verarschen? Ja, wir müssen einen Moment warten. Das kann auch noch einen Moment später erst bohren. Ich finde das immer so ultra geil, wie diese Gatling-Gun im Ladeback hängt. Erstmal habe ich gedacht, ey cool, einer Gatling kannst du aufnehmen, aber... Leider nicht direkt ausrasten in Elektro oder so. Hier liegt nur ein Heat-Pack, glaube ich. Kann man nicht irgendwie springen oder... Ah, V! Ja! Haha! Guck mal, wo ich bin! Ja! Hör mal auf, da hochzufauen, weil sonst... ...fällst du runter, Peter, und hast auf einmal gebrochene Beine. Das geht dann schnell bei Arma. Hey! Hör doch mal auf mit diesem Peter-Scheiße hier! Hahaha! Ja, er weiß ja, wie ich Elben echt heiße, also darf er mich... Ja, aber das Problem ist, nachher heißen einfach alle Peter und dann weiß man nicht mehr, wer wer ist. Was ist denn hier? Das ist das Heat-Pack. Morphine! Ne, Morphine! Hä, wo bist du? Ach da! Hier! Nix da, Abflug! Doch, zweimal Morphine hier. Ah, okay, das ist schon mal gut. Keine Antibiotics, immer noch nicht, aber... Hier liegt auch noch was, hier liegt auch noch was. Was ist das? Tag Painkillers, ah cool. Ja, nehm mit. Guck nochmal hier, im größeren Radius, ob hier was gesporend ist. Gespart. Ne, das Ding ist leer hier. Lächerlich. Ich schmeiß schnell lief Morphine in die Karre und dann steige ich wieder ein. Ich habe noch nie so einen Crash-Site mit Waffen und so gesehen. Doch, 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 das ist durchaus drinne. Also zweimal Morphine ist ein Hubschrauber, ja. Einer fehlt aber noch. Ne, ne, ich bin drin. Ja, einer fehlt noch. Hinten ist keiner. Wir sind nur drei Leute vorne. Doch, ich bin hinten. Ich bin hinten. Ja? Hinten links, oder was? Ja, hier auf, ja genau. Am Gap. Okay, deshalb sehe ich dich nicht. Komm mal runter, Peter. Komm mal runter in deinen Kopf. Ach, du sitzt vorne, links. Guck mal klar, in deinem Leben, Alter. Klatschernach, andere Richtung. weiter, 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 weiter. Und schon. Bauen die gerade aus. Oh, jetzt habe ich keinen Ton mehr. Ja, geh hier halt Tap und wieder rein. Ne, nicht wenn ich fliege. Dennis? gehen wir gleich hier vorne hast du mir ernsthaft vorgeschlagen werden wir fliegen das spiel zu verlassen wir fliegen doch gerade im hubschrauber ach so du mein ne alttab kannst ja kurz machen alttab und wieder drauf ich disconnecten das meinte ich nicht wenn ich irgendwelche bugs habe wirklich alttab und gehe wieder rein und dann läuft das doch ja passt ach so ich dachte einfach nur ja okay ich hatte mal das alte 4 wo fliegen wir gerade hin ich habe die kurve nicht gekriegt ja der hat einen großen wendekreis ja ja ich hatte wohl noch sound aber da drin hört man einfach nichts davon der uhr ist ein bisschen gelenkiger ich bin auf dem wir noch gewöhnt der war wesentlich wesentlich wendiger war für dieser hier schöne sonnenblenden im cockpit und ventilatoren die gehen auch automatisch aus wenn du den ausmachst und anwende der nacht und so weiter runter das ist doch dieser kleine wald direkt vor uns davor hier oder nein nein noch ein bisschen weiter noch ein bisschen vor dem komischen hof da dieses kleine haus dieses ganz flache haus da gibt es immer waffen und so ein scheiß klar die beiden scheiß steigen kleinen waffen und so ein rum jetzt einfach hier vorne runter gehen ja 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 direkt dahin der hätte ganz schaub schon müssen müssen hier kann man ganz schaub ein bisschen halten dreh dich mal bitte ein bisschen nach rechts damit ich schießen kann ganz runter gehen warte nach rechts drehen bitte ja weiter weiter ja so ist gut reich alles klar ich gehe noch ein bisschen näher ran seitlich so hm dann dreh dich mal bitte noch ein bisschen nach rechts ja perfekt ja perfekt bein runter coole sache ich gebe euch deckung die nenne hättest du denn so hingesetzt dass ich auf die tür ziehen konnte aber ist nicht ist nicht nix 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 Erstens könntest du einen von uns treffen und zweitens wegen den Zombies. Das lockt dir ja auch an, wenn du schießt. Das ist wirklich nur für einen Notfall, das kostet ja auch Munition. Philipp, du bist ja noch da drin, brauchst du Hilfe? Ne, ne, hier war nur einer, der kam hier gerade rein, gehofft, den hab ich gleich umgelegt. Hier ist ja nur ein, die ist ja, Einbahnstraße im Prinzip, sonst komm ich hier nicht raus, wenn ich vor der Tür brauche. Philipp, du bist doch noch im, ja. Philipp hat ja gerade angezeigt, dass du da bist. Oh Jungs, jetzt, jetzt. Alter, wer da vor mir, vor meiner Linse rumrennt, ne, der ist hier im Spiel, Alter. Ach, da bist du. Was passiert? Hab ich gar nicht gesehen, Alter. Jungs, könnt ihr mal ein bisschen hier auf die Tür schießen? Ja. Komm, wir wollen hier alle rein. Ja, ich komm. Ja. Vorsicht, ich muss einmal die Linse, ja, ok. Alles, was hier rein will, umnatzen. Gut. Sehr schön genau, dieser Punkt, dieses Punkt, wie sie hat. Bei einem G36? Ja. Ist richtig geil, ne? Sehr schön genau. Stirb doch mal, ey Drecksacke. Oh, Magazin leer. So, ich guck jetzt mal. Ja, einer kommt da noch. Noch kein Spawn hier. Die Feuerwache müssen wir nachher auf jeden Fall looten. Von 51 silver. Ich kann mich. Ich kann mich. Oh, jetzt ist das eine Person, nicht amper, hat mir gesagt. Das ist so ein bisschen zu ver. Ah ability. Das ist ein bisschen zu verletzt. Wie kann ich schnappen. Warum kann ich zu3, ich schnappe. Ich kann mich. Ja, ich bin mir. Oder ein bisschen zuverläufig. Ich kann mich. Wir sind gut. Na gut Boah wie viele hier liegen alter Da hat er heute wirklich Mühe gegeben Ja der hat auch was gekriegt Ja der hat auch was gekriegt Ja der hat auch was gekriegt Ja der hat mal Baked Beans dabei Ich schwöre dir die Knarre ist hammergeil hier Da ist auch noch was Irgendwas war da gerade ja Was hat der? Empty so oder keinen will ich nicht Vieh du bist aber wählerisch Wird der hier noch eine Pasta die alle mit sich rumschleppen